Spiel Olivia im Radio. Bad Bunny war das, am Mikrofon ist Maile Roman und wir kennen es alle. Nicht jeder Mensch ist immer so, wie er scheint. Zu Hause sind sie schüchtern, am Ballermann niemals nüchtern. Das hat damals auch schon Goethe gesagt. Jetzt aber etwas, das immer gleich schlecht bleibt, die Musik im Radio. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeig's jedem deine Brüste, Olivia. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeig's jedem deine Brüste, Olivia, zeig's jedem deine Brüste.